Äh, das ist der Stream jetzt. Ja, jetzt läuft er. Warum wird das nicht bei meinen YouTube-Serien angezeigt? Weil ich den scheiß Namen mal ändern kann. Äh, nein. Ja, warum wird das nicht angezeigt dann? Entschuldigung für die Warterei. Meine Zuschauer kennen das schon. Das... Äh, 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 äh. Warte, gucken wir mal schnell, wo wir sind. Ja, Stream war ich doch schon. Ja, gut. Ah. Also, das Video werdet ihr jetzt am Sonntag sehen und den Stream werdet ihr jetzt am Slabstock begrüßen. Oh, das ist jetzt am Mittag, halt. Ja. Mensch, Moritz. Aber hier mal kurz... Und wir können jetzt noch ein Tor. Scheiße, wie kann ich nur mal die Kamera aufstellen? Ja, ich kann gar nichts mehr, ey. Das letzte Mal, wo ich Rocket League gespielt habe. Dreivierteljahr her. Ja, sowas. Also, ich sag mal, das hier ist die Aufwärmungsrunde. Ja. Erstmal wieder reinkommen und so. Ja. Ja. Nein, ich schüttelte das auch nicht. Ja, der wird weg. Halt's im Haul! Das kann doch nicht sein. Die Gegner sind so gut. Ich wollte gerade sagen, ich muss meine Fabel nochmal umstecken. Ja, ich glaub, ich bleib mal ehrlich. Ja, moin! Ich krieg erstmal ein bisschen schön aus der Presse. Um 11.36. Von, wie heißen die? Joris-Versteg und Kalinisi. Läuft! Nein, Mann! Ja, was soll ich denn da machen? Ey, wir bekommen bestimmte Zeug hinter die Gegendfläche. Wir kriegen so dermaßen offen. Das ist ja nett. Kann ja wohl nicht angehen. Echt so? Wenn wir jetzt noch gewinnen, Alter, dann... Dann sind wir richtig gut. Aber dann, ey. Dann, dann, dann ist alles zu spät. Erstmal... Dann nehm ihn! Nein! Mann, Alter! Ich war gerade... War denn richtig rein? Eh, schön reinzuschießen, Mann! Ich hab ihn jetzt... Ähm, nochmal gegen den Posten gelenkt. Dass du den... Schau mal! Scheiße! Boah! Mann, ich verwechsel die Scheiß-Tasten immer! Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier ernst machen. Das ist mir schon klar! Das ist mir schon klar! Das leck mich doch! Bist du mit? Ich bin doch gerade dabei! Oder so! Ich hab schon den Ball! Null berührt! Gott sei! Wir leben jetzt! Wir leben jetzt! Wir leben jetzt! Ich hab ihn versuch' noch mal zu bekommen, aber... Ich hab ihn versuch' noch mal zu bekommen, aber... Ich hab' noch drei Tore, dann ist es unentschieden! Jetzt drück' ich schon wieder die falschen Tasten! Herrgott! Hey, ich muss echt wieder reinkommen erst! Nein! Das ist zu falsch! Hat auch kein Gesicht mehr! Nein! Digga! Oh! Oh! Das war jetzt gut! Das war jetzt gut! Was ist das ein Reflex? Komm schon! Ich krieg das nicht! Natürlich kriegt er den! Nein! Hihihi! Digga! NICHT! 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 durch ach du scheiße war das das war richtig gut gemacht der lässt ihn einfach durch jetzt war noch ein bisschen Glück mit dabei aber das war richtig gut gemacht ja sie hätte das einfach alles aufhören können Thomas wird öffentlich zu zweit auf dem Ball gehen ja aber ja ja jawohl und jetzt machen hey das der geht rein du moritz wir könnten vielleicht gewinnen wenn der so weiter also damit wir halt eben wenn er nicht in die verlängerung kommen wird damit ich bleib mal ja ich bin auch Okay, warte. Oh, gut gemacht. Alles fehl. Ich glaube, wir schaffen auch noch mal. Wir müssen jetzt destroyen, okay. Was? Ich mach's, okay. Maaan! Das ist ja toll, Alter. Schnell den Ball! Oh ja, gut, wir gehen dann im Bett. Sorry. Alles gut. Ja, das schaffen wir. Nee, der kommt zurück. Maaan! Der will, ne? Ja, Mann, ey, da müsste ich's noch nie machen. Danke. Oh. Wenn wir das jetzt schaffen. Wenn wir das jetzt schaffen. Alter. Da knutsch ich jetzt meine Schwester ab. Das ist unmöglich. Ich versuch mal den Ball vorzubringen. Dann müssen wir so. Na, das geht nicht. Aber erst mal schon. Ich versuch mal den Ball vorzubringen. Dann müssen wir so. Na, das geht nicht. Aber erst mal schon. Mal raus. Weil. Ähm. Dann kann ich mal. Sorry. Was denn heißen? Ähm. Jo. Ich denk aber jetzt hatten wir schon mal. Schon. Mal die Runde was heißen. Ich geh mal auf. Ich geh mal auf den Ball. Ach maaan. Schon gleich wieder. Ganz genau. Mal den weißenawandel. total. Ich kehren. mit man ich war doch auch gut ja 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 gut ja 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 ist wieder als erläutert ganz große leistung es ist so ein dann geht doch einfach mit nein was war das hola diggy nein ich sehe schon wieder abwärts ja ich weiß schon alles klar nein oh fuck off der geht posten nö, der bleibt noch fast nein, nicht gleich gleich ja, 2 danke Leli kann ich sein hehehe also nicht, meine Leute er kennt sie meine Schwester kommt wie immer mit mal in der Aufnahme rein wegen der haben wir jetzt das 2 Mann kennt sie ja moin, man kennt sie Moritz, man kennt sie ja Thomas kannst du auch nicht mal Tore füßen Halt dein Maul jetzt ich bin doch gerade bei ja, weiß nicht ja, wenn du mich jetzt gerade drückt bist ja ey, wenn ich jetzt das kaum mach, bin ich der aller boostet wenn wir das hier jetzt noch verlieren, alter nutze ich auch meine Schwester ab ja, geh so da geht's bloß im Hintergrund so, ne so'n, so'n, so'n äh, klatschen, ne äh, weiß ich gleich was passiert ist ja, okay das kann man ja, okay der, der rollt ganz gemütlich rein, weiß ne 5 Jahre Zeit nö nö ey wirklich, ich treff ihn aber auch nicht ich treff ihn auch nicht der ist zu dumm der ist zu dumm, ja der ist echt zu dumm und der auch ganz gemütlich das ist ja ne ich roll mal weiter, ne scheiße aber was geil oh, das ist mein Tor wenn ich am Ende der Folge irgendein Tor schießt das ist schon mal dann war die erste Folge zumindest von meiner Seite aus schon mal Erfolg aber bis jetzt hab ich alle Tore beschlossen jaha deswegen ja Hexenmaul ja, Thomas, wenn du ne von da oben wirst drops on dick ja, aber dann hol ich mich nicht gut nicht gut nicht gut sind die dumm, die müssen ja eigentlich attackieren wann man den hol ich dann hol ihn dir dann hol ihn dir doch ohhhh bloß so leicht gestriffen aber scheiß drauf die wollen es eigentlich schau dir das an so leicht gestriffen bloß auf aber immerhin also Leute das haben wir echt souverän runter gespielt ja, und ich hab das Tor gemacht ne oh fuck alter muss ich ihn nochmal abwehren ok, pass und wer hat die drei anderen geschossen? ja, du ja, also ja Leute, dann war es das jetzt eine Folge ich bedanke mich zu gucken und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge haut rein bis zum nächsten mal Leute und tschüss